hallo freunde und zum neuen stream heute spielen wir ganz geil spiel jungen spongebob schwammkopf battle for bikini bottling rehydrated gutes spiel auf geht's was passiert wohl wenn wir die roboter hier reinstecken ist nicht irgendein schneckenhaus das ist mein magisches das ist die neue ist also das magische war früher war es aber das habe ich immer alles klar ist mein gott junge dann hat mich an früher damals das jetzt ich werde gar nicht sehen wie schnell ich bin easy 50 let's go ist das für eine stimme gewesen aber spongebob ist der ist das genau so viel um die buren natur zu erleben und manchmal auch ein paar stiche genießt aber die schauer ein bisschen ich muss hier irgendwo hin aber wie komme ich dann was ist das ok easy ok da ist da der mit bus guys ihr seht das gleich versucht das ich habe so ein video mal gesehen ich muss mich irgendwo irgendwie hier hoch erhärtet mich und dann fliege ich glaube ich hier über und dann wusste ich mich irgendwie hoch ich kriegst nicht in geist das ist die der macht roboter ist ich nice von dem wenn der geist easy fünf stück wir können ins nächste level wir können ins nächste level hier habe ich auf jeden fall diese ohne da wollte ich hin das ist dieses leidt okay die rutsche ich werde go fest ich führe mich wie ein neuer schrattel oh easy clap ok wo ist patrick man ah da ist er warum hat patrick nicht seine alte stimme das ist richtig sad hey spongebob hey spongebob unsicherheit patrick ja natürlich spongebob warum sollte ich es nicht sollen die roboter das war wieder was wir machen ja der ist aber irgendwo in das hier habe ich für dich gefunden wo ist patrick postdocs da ganz bunsen diese herumrennerei hat nicht total ok oder wusste ich habe keine ahnung wo das ich spiele als patrick jetzt geil alles klar jungs einmal sprach einstellung auf japanisch ey das ist so geil ich sage es japanisch ist zu geil der anime charakter patrick ok das ist irgendwie gar nicht so schwer wie gedacht aber ich bin auch der beste spieler ever im schlug die wand bei der guckte ich das das ja was war das ich glaube ich sterbe nanny ich stag die einfach oh lol jungen 140 iq plays hier let's go down ich glaube ich hab in plan er ist dann oh mein gott ich bin dumm jetzt aber jünger sie sieben stück sieben fahmbänder let's go die seiten um zu springen let's go alter jungen der sound hat sie wirklich ja jeder drin ok anscheinend kann ich da nicht wenn der geist wenn wir will es über acht stücken die neue stück sogar und jetzt machen wir den feinde im boss no no hit no hit challenge ich werde kein damage nehmen und ihr werdet staunen wie lange dauert die szene ja ok wie kann ich den fighten das war ein scam das gesehen no damage bislang du bist schlecht no hit ich wurde schaden ich habe gar kein schaden mann du hast gar keine ahnung ich habe volles leben hallo guckt nicht hin ich habe gerade zur seite geguckt ey das war controller ist fast leer gegangen das ist das liegt an den controls ich schwöre dir diese mega delayed weil das ein playstation 2 spiel ist ohne delays und so ohne irgendwelche anderen sachen easy clean habt ihr es gesehen profil freigeschaltet easy wie gesagt no damage run war da nächstes mal kann ich den auch mit augen zu machen der ist halt einfach der ist halt einfach so easy oh ja es ist leid ja ich ja was sind diese controls nein oh mein oh ey kann ich hier unten oh lol ich konnte da zum fanbender shit ja egal jetzt 10 verwende das spiel ist ja weiß nicht als ob das für kinder wäre so einfach ist das jeden fall können wir glaube ich jetzt ins nächste level wir haben zehn verwender und ein anderes level war frei muss ich halt gucken wo ich hin muss deswegen so ein taxi